An diesem Mercedes SLK muss der Tacho raus und es ist echt verhext, wie dieser verbaut ist, um diesen auszubauen. Ihr müsst die Blenden links und rechts demontieren, damit er an diesen Entriegelungsmechanismus kommt. Dort hinten sind dann Platten, die ihr mit einem Schraubenzieher drücken müsst, um diesen Tacho zu entriegeln und herauszuholen, weil es eben keine Schrauben dafür gibt. Wenn ihr dann soweit seid und einen Schraubenzieher habt, der lang genug ist, um das zu entriegeln, müsst ihr da etwas dagegen drücken und ihr merkt, wie der Tacho ein Stückchen herausspringt. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Ihr drückt dagegen und seht, wie der Tacho entriegelt wird. Ich selbst habe eine Weile gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie dieser auszubauen ist. Ihr nehmt den Tacho heraus und müsst dann hinten diesen Zentralstecker entriegeln, dieser aber ja relativ offensichtlich zu entriegeln ist. Es ist auch wichtig, dass ihr die Zündung ausschaltet, bevor ihr diesen Stecker demontiert. Es könnte ja zu Spitzenspannungen kommen und der Tacho zerstört werden. Also Zündung ausschalten und den Stecker entriegeln. Wenn das erledigt ist, muss ich euch eine wichtige Sache zeigen. Denn beim Einbau gibt es ein Hindernis, denn der Verriegelungsmechanismus muss auf Entriegelungsstellung sein. Ihr seht hinten diese Verriegelung. Diese müsst ihr nochmal korrigieren, falls ihr dagegen gekommen seid, sonst kriegt ihr den Tacho nicht eingebaut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020